So, sind wir endlich bereit? Oh, Papi, Alter, was willst du? Ich muss mich in alle drei Minuten wieder in der Schule einloggen. Du hast die für unsere Familiensitzung? Es ist doch wichtig, dass man sich gemeinsam dort austauscht. Oh Mann, Papi, Alter, echt jetzt? Weisst du, wichtig ist jetzt vor allem meine Matheprüfung, die ansteht. Und ich brauche dringend deine Hilfbox. Bei der Proportionalitätsrechnung ist es ja so, dass der Kreisumfang proportional zum Kreisdurchmesser steht. Und der Proportionalitätsfaktor ist Kreiszahl Pi, also 3,14159. Holti, was laberst du? Chill doch einfach, Mann! Was chillen? Ich habe jetzt eine Prüfung. Es ist zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln. Ich sollte dringend zum Coiffeur und ich erreiche einfach niemand. Ähm, es sind im Fall noch... dos minutos. Ja, also dann ... Was gibts NEUES, Familie? Was gibts NEUES?! Nüüüüüüüt. Du weisst, jetzt mache ich den блокistas 삼mpf师schleck wieder rum... Jetzt könnte mir ja wiederkommen, er hat jetzt Zeit, oder ja, aber nein. Ich erreiche niemanden. Das ist zum Verzweifeln. Ich sollte ganz dringend gehen. Mami, das ist nicht so wichtig, ich brauche dringend eure Hilfe in der Aufgabe. Ja, dann komme doch in die Stuben! Ahh, Aufgaben machen? Ich muss jeden Tag in die blöde Homeschool. Und du? Du hast nur einmal in der Woche. Ja, ich hätte lieber jeden Tag. Dann könnte ich direkt den Lehrer fragen. Und müsse nicht den Papst fragen, der sowieso nicht rauskommt. Du bist sowieso mega Streber. Hey, hallo, hallo? Ah, jetzt kommt es mir gerade noch zu den Apropos Schule. Die Frau Tugetober hat noch angerufen. Genau, so war es auch noch. Im Ton ist sie eine Lehrerin? Was wollte sie? Ähm... Ähm... Noch eine Minute! Ich muss mich echt in die Schule schauen. Ich weiss es jetzt gerade nicht mehr. Ja, also warum ruft die Hugetoblerei an? Ah! Genau, aber Tom war es. Er hat sich gerade schon länger noch mehr eingeloggt. Genau, das war es. Ah, Thomas? Was sagst du dazu? Äh, Papi, Alter, ich schwöre im Falle, es ist mein Laptop. Irgendwann habe ich ein Virus drauf oder so. Ich schwöre, ich kann mich nicht mehr nie lagen. Ach komm, also der Dreck ist ja uralt. Ja, also... Wann hat die Hugetoblerei angerufen? Ja, ich glaube, letzte Woche. Letzte Woche? Warum weiss ich nichts von dem? Das darf doch nicht... Jetzt weiss es doch, Hermann! Jetzt weiss es doch, Hermann! Herrgott, nochmal, bin ich eigentlich immer der Letzte, der so etwas erfährt? Dann rückst du dich auch immer gerade so furchtbar auf. Ich reg mich nicht auf! Ah, Frau Müller! Ja, lass uns, ich soll den Termin abnehmen. Genau, schönen Abend. Hey! Ferroni! Ferroni! Komm! Papst! Mom! Na toll! Immer wird mir allein gelassen! Komm! 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 Pine! Vielen Dank.